Kino ist für viele ein großes Erlebnis. Nach und nach wird es nun aber von Streamingdiensten wie Netflix und Disney Plus abgelöst, oder? Ich finde, im Kino nimmt man die Filme halt komplett anders wahr. Zu Hause habe ich immer die Möglichkeit, mal zwischendurch abgelenkt zu werden. Im Kino sitzt man zwei Stunden lang im Kinosaal und konzentriert sich auf den Film und so nimmt man den Film dann auch komplett anders wahr. Mein Name ist Stefan Brügler. Ich arbeite seit 2007 als Theaterleiter hier im Cineplex Olpe. Also die jüngeren Leute ins Kino zu bringen, wird zunehmend schwieriger, weil Streaming ist natürlich ein großes Thema. Disney Plus kostet 8, 9, 10 Euro im Monat. Dafür kriege ich nirgends ein Kinoticket oder nur ganz selten ein Kinoticket. Man erkennt eine gewisse Tendenz, dass die jüngere Zielgruppe ein bisschen wegbricht. Früher sind sehr viel mehr jüngere Leute ins Kino gegangen. Die jährliche FFA-Auswertung der Kinobesucher zeigt das auch, den Anteil der einzelnen Altersgruppen. Und da ist tatsächlich eine Tendenz zu sehen, dass so die Zielgruppe 16 bis 25 immer mehr wegbricht. Durchschnittlich geht jede Person in Deutschland circa zweimal im Jahr ins Kino. Das durchschnittliche Alter eines Kinobesuchers ist 39,5 Jahre. Aber wird auch was gegen die sinkenden Besucherzahlen der jungen Zielgruppe getan? Wir hatten jetzt Taylor Swift Konzerte, die natürlich eine extrem junge Zielgruppe ansprechen. Wir hatten oder haben eine Filmreihe mit Animes. Das ist auch eine sehr junge Zielgruppe. Das macht man natürlich auch unter anderem deswegen, damit man die jüngere Zielgruppe überhaupt erst in Kontakt mit dem Kino bringt. Eine große Auswahl an Filmen zu haben, kann beim Streaming jedoch auch zum Nachteil werden. Also man verbringt sehr viel Zeit zu Hause damit, erstmal zu suchen, was will ich jetzt überhaupt gucken, um dann einen Film anzuspielen und nach 15 Minuten zu sagen, ich will ihn doch nicht weitersehen. Es gibt ja Filme, wo in den ersten 15 Minuten wirklich nicht viel passiert und die tatsächlich richtig gut sind. Und die werden nach 15 Minuten einmal abgebrochen. Um dem Zuschauer immer neue Gründe zu geben, das Kino zu besuchen, gibt es immer wieder neue Ideen und Neuerungen. Was die Frage aufwirft, was wird wohl das nächste große Ding? Ich denke nicht, dass das nächste große, was im Kino neu kommt, die Technik sein wird, weil wir da mittlerweile auch ziemlich weit sind und gut aufgestellt. Ich glaube eher, dass die Kinos mehr in Richtung Komfort gehen werden. Noch gibt es Kinos und noch können sie gegen die Streaming-Anbieter aufgrund ihrer Vorteile wie der Tonqualität und der großen Leinwand standhalten. Fakt ist aber, das Kino muss sich verändern und attraktiver werden, um die Gäste auf Dauer halten zu können. Denn sonst bleiben die Kino rennen leer.